Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dr. Who, The Adventure Games. Wir sollen jetzt die Doug and Drake finden. Und danach müssen wir uns halt umschauen, ob wir die Verschwörer zusammenkriegen. Hast du was zu sagen? Nein. Du? Nein. Uh. Wie nett, wie nett. Ein, äh, wie heißen die Dinger nochmal? Shunt? Bla. Ich hatte es doch erst in Book of Unwritten Tales. Ja, zumindest wurden halt Leute reingesteckt. Dann konnte man die halt mit Gemüse bewerfen und beschimpfen und so. Oder halt anderen Sachen bewerfen. Je nachdem, wo zu einem der Sinn stand. Oder wonach einem der Sinn stand. Büßerbalken, ich glaube, so hießen die Dinger. Hier irgendwas? Nö. Hm. Können wir da durch? Jawoll. Ja, sieht schon nett aus. Gut, ihr merkst jetzt, dass die Karten sich langsam verlaufen. Ach, da hätten wir zumindest schon mal... Die sehen verdächtig aus, die Jungs. Können wir nicht sagen, dass ich bin beschäftigt? Hm, eigentlich ja nicht. Das sieht aus wie Robert Catesby, der Leder der Klotters. Hm. Nett. Können wir mit ihnen reden? Ja, cool. Hallo, ich bin der Doktor. Wir haben nichts zu dir, Stranger. Das ist Guy Fawkes. In der Fülle. Hm. Thomas Percy, einer der Schmerzenbewerber. Ja, du plattest. Und wir sollen ihre... Ihr Vertrauen gewinnen. Alles klar. Okay, wir brauchen also das Vertrauen, dass wir da reinkommen. Die scheinen alle hier außenrum zu stehen. Nope. Die lassen sich aber leicht verschrecken. Hm. Du vielleicht noch? Entschuldigung, Sir. Nope. Vielleicht müssen wir echt nur mit den... ...mit den Plottern uns unterhalten. Hier noch was? Jawoll. Kartoffeln. Wie toll. Jam, 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 jam. Wie gesagt, wer sich die Fakten durchlesen will, kurz Pause machen. Ah. Eine Tra... ...oder eine Bahre... ...Trage? Trage, glaube ich. Eher. Da geht's erstmal nicht weiter. Nope. Okay, dann werden wir mal die Leute abklappern. Scharf, mit denen können wir jetzt nicht mehr reden. Vielleicht haben wir die ganze Zeit hin und her scheuchen können. Wäre ja auch nicht verkehrt. So, Jungs. Dann. Hallo, Percy. Hallo, ich bin der Doktor. Unsere Beziehung ist von keinem Wissen zu dir, Stranger. Ja, vielleicht zeigen wir dir mal unser Psychic-Paper. Hallo, ich bin der Doktor. Impeccable Kredite, Sir. Es ist ein Hunde, dass Sie uns mit uns beinhalten haben. Ich wusste, ob Sie mir ein Favorit machen können. Ein... ...diskreter Favorit. Ähm, okay, was denn für eins? Und welcher Favorit wäre das? Mein Job war, um eine parlamentarische Beziehung zu erhalten. Ich war zurück aus der erfolgreichsten Mission, als ein Pickpocket, der genannt Barnaby, mit ihm hatte. Wenn du es aus dem Villen rauskriegen könntest, dann wäre ich mich sehr dankbar. Aber, vor allem, nicht Kadesby. Alles klar, wir sollen also den Barnaby mal wieder kontaktieren. Sag mir ein bisschen über dich. Ich bin Thomas Persson. Ich habe viele Dinge in meiner Zeit gewesen, ein Soldat und ein Sprecher. Wahrscheinlich habe ich sogar meinen Teil in den skottischen König auf unserem englischen Tron gespielt. Dann warum bist du Teil des Planes, ihn zu töten? Weil James hat auf seine Prozesse der Toleranz gegen die Katholiken gegründet. Ich habe mir gesagt, ich habe ein Jahr vorhin gesagt, so würde ich den König mit meinen eigenen baren Händen töten, wenn ich die Chance hatte. Er fragte mich, mein Zeitpunkt zu bieten, weil er einen Plan hat. Also erzähl mir über deinen Plan. Wenn du Details brauchst, solltest du mit Kate sprechen. Ich bin mir nicht mit dem Minutia von Planen beschäftigt. Ich setze meine Hoffnung in Gott. So, die Herren. Hallo, ich bin der Doktor. Willkommen, Bruder, Willkommen. Ein Bruder der Vertreue Fähigkeit. Wie ist der König Philipp? Oh, er ist in guter Form. Er hat eine schönes Wärme. Es ist all das Spanische Son, ich glaube, und die Oranges und die Paella. Er lief seine Paella. Anyway, glücklich zu sein, Guido. Ich kann dich das, kann ich? Sir, the timing of your arrival is good fortune itself, for the clock ticks and there is a task at hand that requires one such as yourself. Okay, ähm, was denn? And what task did you have in mind? In a fit of healthy paranoia, believing I might be under suspicion by the Kingsmen, I disposed of a real of fuse wire over the parapet of the bridge. I heard no splash, so I believe it landed on the supports and so may be lodged there. If indeed I am being watched, then it would incriminate me and expose our entire endeavor, if I were seen to fetch it. But should you, good doctor, make your way beneath the bridge and retrieve the fuse wire? Our mission to remove the king will be safeguarded and I would be eternally grateful. Alles klar. Have you found my fuse wire? Noch nicht, machen wir später. Ähm, erst mal ein bisschen was von dir erzählen, bitte. I was just wondering, how did a chap like you get mixed up in a plot to remove the king of England? I was originally a son of York. Both my parents were protestant, devoted worshipers in the English church. Then how come you're on the side of the Catholics? My mother's family were Catholics and when my father died, she married again. A Catholic. I converted to the faith of my mother's family and left for Europe, where I fought for Spain against the Dutch Protestants. That was where I learned the craft of gunpowder. Hm. Und wie sieht es mit den Kameraden aus? Tell me about the other Conspirators. We are a gathering of loyal Catholics from all walks of life. Robert Catesby is the instigator of the plan. And each of us has their role to play. Ja. Zum Beispiel. Was hast du denn zu tun? So that's your part of the plot. You're the explosive expert. I am just a simple soldier, Doctor. I will set the fuse below Parliament and light it. Mhm. Und warum? But don't you think murdering the king is going a bit far? This is not murder, this is the work of God. We are God's true soldiers in this endeavor. The protestant monarchy and people of England have been condemning themselves to hellfire. What I do, I do for the good of the nation and the souls of our people. Mhm. Das klingt doch sehr vertrauenserweckend. Okay. Ähm, da gehen wir später runter. Ich will erst noch mal hier mit dem Chef reden. Einmal mit Paper. Hallo, ich bin der Doktor. So, unsere Message hat King Philip erreicht. Danke, Herr Lord. Du kannst einem großen Service zu der Gruppe beendet werden. Es ist gut, einen Alli in diesen gefährlichen Zeiten zu der Gruppe. Wenn du wirklich in der Grunde glaubst, ist es eine kleine Aufgabe, die du für mich tun kannst. Was willst du mich tun? Das Parlament ist nur das erste Teil unserer Planung. At the same time müssen wir einen neuen Monarch auf dem Throne von England beitragen. Um das zu erreichen, brauche ich dir, mir einen Schlafdruck zu finden. Ach, das war doch das mit den, ähm, diese komischen Blumen, wo Amy schon meinte, er wird irgendwie, oder sie wird davon schläfrig. Tell me a little about yourself. There's little to tell. I was born a Catholic. I have known all my life the Protestant intolerance of those who worship in the true Church. Four years ago, I stood alongside the Earl of Essex in his rebellion against Queen Elizabeth. The rebellion was a failure. What happened to you? I was imprisoned and fined 4,000 marks, at which time I was forced to sell my estate. I have been preparing for the removal of the protestant monarch ever since. Wie praktisch, wie praktisch. Okay, wie ist der Plan? And what is the plan? On the morrow, the heretic James and his lackeys will, by the grace of God, be sent to their maker via several hundred pounds of powder. That shall be lit, when he arrives, to open that den of vipers he calls a parliament. At the same time, the rest of us will ride for the Midlands. where we shall kidnap the princess Elizabeth and proclaim her as our new Catholic queen. On hearing this, the hidden and oppressed Catholic shall rise up and flock to our banner. Without its leaders, the protestant will be cast down. Macht ja Sinn, okay. Ähm, welche Rolle hast du dabei? So you're numero uno among the plotters, is that right? I am the leader of this great venture. It was I, who brought these like-minded fellows together and it is I, who drew up the plan. Genau, und warum? Why this plot? Why now? Because enough is enough. I do not do this for glory or profit. I do it, because it is just and right. Yeah, yeah. Wer es glaubt, wird selig. In dem Falle werdet ihr wahrscheinlich sehr selig werden. So, ich glaube, dann gehen wir erstmal hier runter und gucken, ob wir uns hier unten mal umschauen können. hm, lecker ein Bierfass. Jam, 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 jam. Das können wir wegdrücken, jawohl. Und dann wahrscheinlich gleich die Falltür öffnen. Haben wir denn sonst noch was hier drin? Jupp. Hm, Priesthole. Mhm. Wahrscheinlich wurde da jetzt irgendjemand eingesperrt. Okay, Falltür, bitte öffnen. Und ab nach unten. So, dann schauen wir doch mal, ob wir hier unten fündig werden. Ist doch größer, als ich gedacht hab. Können wir da drüber klettern? Nee. Wenn es, Moment, wenn es da runtergefallen ist, müssen wir wahrscheinlich da mit dem Ding hier rüber. Okay, das hätten wir gerade festgebunden oder gelöst. Ich weiß es gar nicht. Ja, etwas aufpassen ist gar nicht so verkehrt. Okay, hier könnten wir rüber. Hm. Okay, da sollten wir nicht rüber, weil sonst das Ding zusammen kracht. Kann ich denn, so. Genau so hatte ich das eigentlich vor. Dankeschön. so, jetzt können wir können wir nimmig hier rüber. Sind angekommen. Ein Duckingstuhl. Ach, ich glaub, das sind die Dinger, die, ähm, gibt's ja teilweise auf Jahrmärkten, wo dann, äh, Leute halt mit dem Ding, also mit dem Stuhl ins Wasser geschmissen werden. Da war's halt jetzt etwas ernster. Super, jetzt haben wir schon mal das Ding aufgenommen. Wie gesagt, hier kommen wir ja auch nicht weiter. Ich guck mal, ob da hinten noch irgendwas Interessantes ist. Na? Nö. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Wir haben dann schon mal eine Aufgabe erfüllt. Ich schätze mal, wir müssen alle drei, ähm, Aufgaben machen. Hep. Dass wir dann rein dürfen. So, mein guter. Bitteschön. Hier geht's, Guido. Refuse, Wider. Gut, Sir. Wie kann ich euch diese Nacht servieren? Aber ich habe noch Zeit für Gossip. Aber ich glaube, hier in der Ecke war eh nix. Mit der können wir auch nicht reden. Okay, können wir jetzt eigentlich, können wir jetzt eigentlich hier irgendwo weiter? Ne. Guck ich mal, ob ich da hinten wieder zurück kann. vielleicht irgendwie ja, ähm, vielleicht noch mal in die alten Gebiete zurück. hier hinten ist ja auch nix mehr, oder? Nö. Percy, Percy, Percy. Da ist... Mollysport. Ah, ein Brettspiel. Das hatte ich beim letzten Mal übersehen. So, dann gucke ich mal grad. Ich schätze, wir müssen hier wieder raus. Und dann zurücklaufen. Ach, wie cool. Ähm, Bridge, da waren wir ja grad. Dann gehen wir nochmal hier in die Stadt rein. Da haben wir, das stimmt, wir haben es da echt noch mal gut einen draufgelegt bei dem Spiel oder bei der Edition. Genau, hier wollte ich hin. Dann können wir da nämlich mal... Guten Abend, Sir. Ich bin Alice Flowers, Hörbeierer von feiner Herben, Remedien und anderen Wurzungen gegen Pox, Pestilenz und in diesen dunklen Zeiten. Hallo Alice, ich bin der Doktor. Ähm, wie geht's denn so? Wie geht's denn so? Wie lange Pläge und Pläge und Pestilenz haunt die Lande, da wird immer ein Kommen von unseren Medizin. Was Pestilenz ist es über das? Der Flux und die schweizende Krankheit ist ever present in London. Aber was wir wirklich feiern, ist ein Rettung der Pläge. Dann erzähl wir mal was von der Pläge. Wir müssen immer vigilant für die Pläge. Nicht 50 Jahre nahm es nahm eine Karte aller Seelen in London. Seit dann, bei Gottes Glück, haben die Ausbrüche viel weniger schwer. Aber wenn es kommt, gibt es kein Geheimnis von ihrem Toten. Nicht für jemanden jünger alt, rücker oder peor. Welche Herben verkauft? Viele Herben, Herr. In Präparation zu allen Maladien. Ich habe ... Ich weiß nicht, einen Schraub. Was würdest du prescreten? Prima Rose Root in Vinaigre schraubt auf der Nose arbeitet ein Traum. Oder der Schraub Wart, oder Crowfoot. Und schüttelndes Seed wird das auch tun. Ich hatte sie alle hier, Sir. Alles aber Leechs. Leechs? Die, die sehr sick sind, sollten einen regelmäßigen Kurs auf Blutung nehmen. Aber das ist ein Arzturz, nicht mein. Well, glücklich, ich bin perfekt gesund. Es ist ziemlich sicher und gesund. Und Leechs sind nur auf die, die Angst vor der Physikerin. Ich schaue etwas, um mir zu schlafen. Ich kann dir so eine Draft machen, aber ich brauche den Leech von Valerian. Bring etwas zu mir. Gut, Dr. Sir. Ich hoffe, dass es nicht mehr Sorcerer-Garten gibt, die dir Probleme geben. Nö, passt. Du musst mich entschuldigen, ich muss auf meinem Weg sein. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Und weg ist er. Alles klar. Also, vielen Dank fürs Zuschauen an der Stelle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.